Der Bitcoin-Preis ist über die letzten Wochen um ca. 27% eingebrochen und es scheint aktuell so, als findet dieser Crash kein Ende. Im heutigen Video werde ich noch einmal zusammenfassen, was für Faktoren am Markt aktuell für die Investoren relevant sind und warum es so scheint, als würden aktuell gerade die neuen Investoren Bitcoin komplett den Rücken zukehren. Was das jetzt mit diesem Bullenmarkt, müssen wir jetzt nochmal durch einen 2- oder 3-jährigen Bärenmarkt durch und ganz wichtig, am Ende des Videos werde ich euch aufzeigen, was ich heute bezüglich meiner Bitcoin-Position getan habe. Es bleibt auf jeden Fall spannend und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja und mit dem ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Wir fangen an auf dem Bitcoin-Chart und zwar auf dem Daily-Chart. Und wenn wir rein von der technischen Analyse-Sicht das Ganze betrachten, dann muss ich an der Stelle sagen, jetzt sieht es wirklich nicht mehr so gut aus. Denn wir sehen aktuell zwei Probleme, zumindest wenn wir von der kurzfristigen Planung sprechen. Erstens einmal hat Bitcoin das letzte Swing-Low hier bei ca. 56.500 US-Dollar durchbrochen, aber wir haben auch die 200er Moving Average-Linie, die Bitcoin jetzt ganz klar nach unten durchbrochen hat. Warum ist der 200er Moving Average auf dem Daily so wichtig? Naja, eigentlich ist der nicht so wichtig, aber aus den traditionellen Märkten sagt man einfach, wenn ein Asset über dem 200er Moving Average tradet, dann befindet es sich in einem Bullenmarkt. Und wenn es unter der 200er Moving Average-Linie tradet, dann befindet es sich in einem Bärenmarkt. Und jetzt werden natürlich die Stimmen der Bären immer lauter und die schreien schon, wir sind jetzt wieder in einem Bärenmarkt, das war es für Bitcoin in diesem Zyklus. Das wage ich aber sehr stark zu bezweifeln, denn wenn wir uns das große Bild von Bitcoin anschauen, hier auf dem Weekly Chart, seit der Preisaufzeichnung, dann können wir erstens sehen, dass das Ganze nur eine sehr kleine Volatilität ist. Woher die kommt, das werde ich euch auch noch ganz genau erklären, gleich in 1-2 Minuten. Aber was wir auch sehen können, ist, dass dieser Einbruch noch gar nicht wirklich relevant ist. Klar, ich kann das sehr gut verstehen und ich weiß, da wiederhole ich mich, aber das müssen auch die verstehen, die länger dabei sind. Neulinge, die Bitcoin zu einem Preis jetzt von 60 oder sogar 70.000 US-Dollar gekauft haben, die bekommen jetzt Panik und das ist ganz normal. Ihr werdet keine guten Investoren, ihr werdet keine erfahrenen Investoren, ihr kommt nicht klar mit der Volatilität, wenn ihr nicht einfach schon eine Weile dabei seid. Also ja, ich habe Verständnis für alle die, die ihre Bitcoin wieder abverkaufen wollen, aber ich sage euch auch ganz ehrlich, an der Stelle langfristig wird das keine gute Entscheidung sein und das werden die Leute, die jetzt eben ihre Bitcoin hier Panik verkaufen, auf jeden Fall noch lernen. Jetzt gehen wir darauf ein, warum ist der Markt aktuell überhaupt so panisch? Und hier gibt es ein paar Faktoren, aber vor allen Dingen gibt es ein Hauptfaktor. Erstens haben wir besprochen, dass die deutschen Behörden aktuell stark von ihrer Bitcoin-Position am Abbauen sind und zwar haben die 50.000 Bitcoin Anfang diesen Jahres beschlagnahmt, wovon aktuell nur noch ca. 42.000 vorhanden sind. Also es sieht wirklich so aus, als würde die deutsche Regierung massiv auf die Tube drücken, massiv auf den Bitcoin-Preis drücken. Es gibt aber hier ein interessantes Angebot. Der Justin Sun, der Founder von dem Shitcoin Tron, hat nämlich hier getweetet, dass er gerne mit der deutschen Regierung eine Art Vertrag machen würde, wo er alle diese Bitcoin kaufen würde, OTC, Over-the-Counter, so dass die eben nicht auf den Markt drücken. Das ist auf jeden Fall eine Option, die die deutsche Regierung vielleicht in Betracht ziehen sollte. Ich habe mich so oder so schon gefragt, warum, dass die die Bitcoin am Bitstamp, Coinbase und Kraken versenden und das einfach auf dem regulären Spot-Market verkaufen wollen. Normalerweise führt man solche Transaktionen eben OTC durch. Also man geht an einen OTC-Desk, welcher dann einen Käufer mit einem Verkäufer verbindet, dann eignen sie sich auf einen Preis und haben dann eben auch nicht Slippage. Slippage bedeutet nichts anderes, wenn die deutschen Behörden eben die Bitcoin auf dem Spot-Market verkaufen und das extrem hohe Mengen sind und die Liquidität nicht da ist, dann drücken sie ja selbst durch den Verkauf ihren Verkaufspreis nach unten, was wiederum schlecht ist. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade mit den Behörden, auch die amerikanische Regierung da irgendwelche OTC-Deals noch geschlossen werden, vielleicht auch noch mit den großen Vermögensverwaltern. Da sehe ich aktuell gar nicht so das Problem. Wo ich das Problem aktuell eher sehe, ist hier und das sind die Bitcoin von Mt. Gox. An der Stelle noch einmal und hoffentlich zum letzten Mal ganz kurz eine Repetition. Was ist da passiert? In 2014 ging die größte Kryptobörse damals mit großem Abstand. Das wäre der absolute Go-To-Place. Ich habe heute noch Leute in meinem Umfeld, die schon sehr früh Bitcoin hatten und die auch bei Mt. Gox verloren haben, weil die eben hops gingen. Und dann gab es Jahre später eben diese Rehabilitationspläne, dass diese Kunden, diese Kreditoren, die die Bitcoin damals verloren haben, noch eine Rückzahlung bekommen. Und da sprechen wir von circa 140.000 Bitcoin. Jetzt über die letzten Jahre gab es immer mal wieder Gerüchte, bis dann und dann soll das Ganze abgeschlossen sein. Jetzt geht es dann endlich los. Der Markt hat immer so ein bisschen leicht darauf reagiert, aber am Ende war es immer nur unbegründigter FUD. Also Fear, Uncertainty and Doubt. Also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und es wurde einfach News verbreitet, die gar nicht wirklich stimmten. Jetzt sind wir aber wirklich an einem Punkt, und das ist aus einem offiziellen Dokument hervorgegangen, dass ab diesem Monat, über die nächsten drei Monate, diese Kreditoren wirklich ausbezahlt werden. Und wie bereits erwähnt, wir sprechen da von 140.000 Bitcoin. Und jetzt kommt es. Wenn wir nochmal auf den Chart eingehen, dann sehen wir nämlich auf dem 1-Stunden-Chart, wo hat denn dieser Rutsch weiter nach unten beim Bitcoin-Preis angefangen. Jetzt gehen wir hier mal ein paar Stunden zurück. Also hier eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also so ungefähr in dem Bereich hier. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, was ist denn hier passiert in dem Mt. Gox Wallet zu dieser Zeit, wir sehen hier vor circa acht Stunden genau, sind hier eben circa 47.000 Bitcoin verschoben worden. Und da sprechen wir von einem Gegenwert von knapp unter drei Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich ganz klar, der Markt kann das aktuell nicht auffangen. Das heißt aber nicht, dass diese Bitcoin jetzt bereits ausbezahlt wurden und dass die jetzt auf dem Markt verkauft werden und darum der Bitcoin-Preis fällt. Und das ist jetzt ganz wichtig an der Stelle zu verstehen. Das, was jetzt passiert, ist ein Frontrunning auf das, was vielleicht kommt. Und ich sage euch auch an der Stelle ganz klar, es findet aktuell eine sehr starke Überreaktion statt. Gerade die neuen Investoren, die nicht genau verstehen, wie Märkte funktionieren, die tendieren jetzt dazu, in Panik zu verfallen. Die investieren oder deinvestieren sozusagen jetzt emotional, Panik verkaufen ihre Bitcoin und genau das sollte man eben nicht tun. Ja, die 140.000 Bitcoin, die können in der Theorie wirklich auf den Markt kommen. Da gibt es auch diverse Artikel, welche die dafür sprechen, welche die dagegen sprechen. Es ist wirklich sehr schwer, da genau durchzublicken, was wirklich passieren wird. Das kann niemand so genau sagen. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist die 140.000 Bitcoin, die werden zurückbezahlt aus diesem Rehabilitationsprogramm. Da gibt es dann noch Kustodians, die dazwischen stecken und so weiter. Es gibt Berichte, da heißt es wieder, es kann bis zu 90 Tagen dauern, bis sie dann wirklich bei den Kreditoren ankommen. Aber Fakt ist, die 140.000 Bitcoin, die werden mit höchster Wahrscheinlichkeit, also zu 99 Prozent, werden die bei den Kreditoren ankommen. Und wenn man sich einmal überlegt, zu was für einem Preis diese Kreditoren damals Bitcoin gekauft haben, das war ja vor 2014, da kann man natürlich davon ausgehen, dass ganz viele von diesen Bitcoin eben auf dem Markt landen. Und viele Investoren schieben jetzt eben Panik. Noch einmal, wir sehen es wirklich hier im Chart ganz klar, dass genau mit dieser Mount Gox Bewegung das Ganze angefangen hat. Dann wurde die News verbreitet, dann wurde das noch schlimmer. Dann durch die Hebeleffekte wurden noch Kaskaden ausgelöst. Und das hat Bitcoin jetzt tatsächlich 20.000 US-Dollar unter das neue Allzeithoch gebracht. Und wir sind aktuell bei ca. 54.000 Dollar. So, jetzt an der Stelle noch einmal ganz wichtig zusammengefasst. Ja, wir haben die deutsche Regierung die Bitcoin abverkauft. Ja, wir haben die amerikanische Regierung, die ebenfalls angefangen hat, ein bisschen was an Bitcoin abzuverkaufen. Und ja, wir haben Mount Gox, die jetzt in diesem Monat, also erst vor ein paar Tagen, begonnen haben, mit dem Rehabilitationsplan, also diesen auszuführen, dass die Bitcoin wirklich an die Kreditoren kommen, die damals ihre Bitcoin verloren haben. Also ja, auf uns kommt auf jeden Fall Verkaufsdruck zu. Aber ich würde die ganze Situation aktuell so werten, dass wir jetzt ganz klar eine Überreaktion haben. Es gibt viel Emotionen im Markt aus dieser Seitwärtsphase, jetzt so stark noch einmal eingebrochen. Und ich sehe das auf jeden Fall als eine Kaufsgelegenheit. Zu der Frage, ob der Bullenmarkt jetzt zu Ende ist. Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Denn irgendwann einmal wird diese Mount Gox-Thematik komplett vom Tisch sein. Und ich denke, das wird innerhalb eines halben Jahres wird das aufgeräumt sein. Dann haben wir wahrscheinlich auch die meisten Bitcoin der deutschen Behörden bereits auf dem Markt. Die amerikanische Regierung, ich denke, die wird sich da noch ein bisschen mehr zurückhalten. Da haben ja sehr viele Politiker verstanden, wie wichtig das Bitcoin ist. Und wenn wir auch den aktuellen Zyklus uns anschauen, dann sehen wir ganz klar, wir sollten hier eigentlich noch nicht am Ende sein. Also nein, ich glaube überhaupt nicht daran, dass dieser Bullenmarkt jetzt vorbei ist. Und ich habe heute, und jetzt kommen wir zu meinem privaten Portfolio, neben meinem Sparplan, den ich so oder so auf Relay am Laufen habe, habe ich heute noch mal richtig ordentlich zugeschnappt und habe mir noch mal einen ganzen Bitcoin gekauft. Und das unter 50.000 Schweizer Franken. Also an alle die da draußen, die ihre Bitcoin jetzt Panik verkauft haben, ich danke euch auf jeden Fall und ich bin mir ganz sicher, dass viele hier in dieser Community ebenfalls dankbar sind für den 27%igen Rabatt. Das muss man sich einmal vorstellen. Wie genial ist das denn? Also ich bin auf jeden Fall happy. Es passiert etwas am Markt. Wir haben es ein bisschen anders erwartet. Ich habe den Impact nicht so hart eingeschätzt von dieser ganzen Mt. Gox-Thematik, aber dass man die Panik oder eben auch die Gier dann wieder im Umkehrschluss von den Leuten unterschätzt. Das kann einem immer mal wieder passieren. Es zeigt eigentlich grundsätzlich nur, wie viele schlechte Investoren da draußen immer noch sind, gerade im Bitcoin-Space und die Wale und ich und ich hoffe auch ihr, wir profitieren davon und wir freuen uns dann in der Zukunft, wenn wir zurückblicken können und sagen können, hey, wisst ihr noch damals, als wir den fast 30%igen Discount noch einmal bekommen haben, nur wegen der ganzen Mt. Gox-Geschichte, ist doch einfach nice. Ja und falls ihr ebenfalls Bitcoin kaufen wollt oder sogar einen Sparplan aufsetzen wollt, dann empfehle ich euch die Relay-App hier aus der Schweiz, vom schweizerischen VQF verifiziert. Mit einem Sparplan könnt ihr 0,5% Gebühren sparen. Mit meinem Rabattcode SunnyDecree könnt ihr noch einmal 0,5% Gebühren sparen und ihr unterstützt damit natürlich auch diesen YouTube-Kanal. Also los, auf was wartet ihr noch? In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte hier an der Stelle noch einmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns dann alle im nächsten Video. Bis dann.